Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Mindestens 1000 Tote nach Erdbeben in Afghanistan Ein Erdbeben hat die ostafghanische Provinz Paktika schwer getroffen, die Einsatzkräfte gehen von mindestens 1000 Toten und hunderten Verletzten aus. Bei einem verheerenden Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben mindestens 1000 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 1500 Bewohner im Osten Afghanistans seien nach dem Beben am späten Dienstagabend verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Bagda am Mittwoch. Besonders betroffen sind die Provinzen Paktika und Jost. Ein Sprecher der regierenden Taliban sprach von dutzenden zerstörten Häusern. Örtliche Medien berichteten, ein Dorf sei komplett zerstört worden. Fotos in den Online-Netzwerken zeigen eingestürzte Häuser in den Straßen eines Dorfes. Im Videos ist zudem zu sehen, wie Bewohner betroffener Gebiete Verletzte zu einem Helikopter bringen. Taliban rufen Kabinett zur Notsitzung zusammen. Der Katastrophenschutz befürchtet unterdessen eine noch höhere Opferzahl. Die Rettungsarbeiten wurden durch den schwierigen Zugang zur abgelegenen Bergregion behindert. Die militant-islamistischen Taliban, die seit August 2021 wieder in Afghanistan herrschen, sprachen den Opfern ihr Mitgefühl und Beileid aus und riefen eine Notsitzung des Kabinetts zusammen. Hey guys, this is Gangsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.